Willkommen zu einer neuen Folge CSGO mit dabei die Nudli. Hi. Die rastet schon aus. Was? Äh, was? Was? Was ist passiert? Oh, lol. Lol, lol. What the fuck? Ich hab durch den Tunnel geschossen. Hat in ein Logo geschossen und er hat den getötet. Oh, wow. Warum? Ja, der ist rechte Seite. War nur der Botz. Der Botz. Nein, Nudli. Was machst du da? Ein Headshot kassieren sie genauso wie du. Kann ich nichts hören, wenn du stirbst. Ach, Nudli. Was soll das? Ach, Marco. Da, guck mal. Da ist ein Auge. Der gibt im Laufen. Ist das schon wieder so ein komischer Hacker? Account her könnte es sein. Tötet den Bot, bevor der übernommen wird. Der wurde schon übernommen. Der gebt euch den Laden, glaube ich. Der gibt es gar nicht. Er hat den Bot töten. Dann den Arschloch töten. Das ist Arschloch. Arschloch heißt. Noch ist es nicht safe, dass er cheatet. Er kauft dir. Gönnt dir. Gönnt was. Ja, ich gönn mir eine MP7. Stört mal nicht wieder. Guck, linke Seite. Linke Seite frei. Mitte frei. Wart tot. Ja, auch hoch. Ja, den Scope im T-Span. Wo? Glaube ich. Der ist, äh, beim, äh, langen Tunnel. Ah ja. Gönnt ihr die Aave. Sollen wir tauschen? Da wirst du sie behalten. Nö, wir können nicht tauschen. Ich, äh, stehe besser für die Aave, wenn der durch den Tunnel kommt. Ah, fuck. Ist der On-Spot? Das weiß ich nicht. Ja, das war der Bot, nicht der Bot. Ich habe gedacht, das wäre der Bot. Durch die Wand. Oh, doch durch, durch die Wand. Ich habe doch durch die Wand geschossen. Nach meiner Sicht war es, glaube ich, durch die Wand. Wirst du AWP? Ist das? Nö, nö. Nein. Du schießt besser. Nö, egal. Kommt die Nate überhaupt an? Na, ist auch halb. Arschloch ist tot. Woll netz'n Arschloch, der ist ja hier ein ganz netter Kerl. Komm, boi, hey. Der ganz nette Kerl ist, äh, in diesem Häuschen. Ich habe den ganzen netten Kerl getötet. Einmal so. Hallo. Ich bin hinter dir. Hey. Genau über dich hinweg gesprungen. Ich weiß, deswegen habe ich nicht geduckt. Hätte man so als, äh, 10 T gegen T. Der T kommt gerade raus. Ich schriege über ihn weg und knife ihn von hinten. Das wär's. Net auf jeden Fall an. Loll. Komm, stirbt meine Nate. Ja, doch nicht. Loll, wir spielen gegen zwei Bots. Wow. Wow. Knife. Ähm. Krasse Herausforderung, würde ich sagen. Knife in die Bots. Und Zeus'n dürfen wir auch. Knife und Zeus. Und Flash-Nades dürfen wir auch benutzen. Ah! Kommen die? Ich hab 20 AP. Cool. Aber die Bombe ist down. Ach, ne. Wir sind richtig harte Pots. Oh, was sind das, was sind das für scheiß Gegner, die sagen nicht mal good half. Unverschämt. Ja, richtig unverschämt. Ja, richtig unverschämt. Glaub nicht, dass wir das gewinnen. Bei der, bei der Piste Runde. Zeus, Zeus holen. Oh, nicht Zeus weg. Jetzt hab ich die Zeus gegeben. Jetzt hab ich nur knife. Oh! Einer ist oben auf dem Dach. Da flaschen wir mal den. Seil. Erstmal rein chatten. Oh mein Gott. So easy. Aber was für Bots sind das? Warum müssen wir das überhaupt noch zu Ende spielen? Ah, Hilfe! Ah, der City spawn. Einer steht auf dem Dach. Ich glaub, die Flash war scheiße. Das wär bitte ein Ace. Was? Ich soll dir ein Ace lassen? Ja. Na dann. Gibt's hier auch irgendwo ne Ecke mit Musik. Oder wir könnten gemeint sein. Wenn wir drei weitere Runden abwarten, dann wird der Kipp an der andere, der rausgegangen ist. Beide auf dem Dach. Wow. Stand unter ihm. Wuuu. Ace. Mit Knife Ace. Mit Knife Ace. Okay, Zeus war auch dabei, aber trotzdem. Bin stolz auf dich. Ja. Gut, das war eine sehr seltsame Runde. Aber auch mal lustig. Könnt ihr gerne oben links auf abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei weitere Videos zur Auswahl. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschau. Tschau. Nichts auf, wegen Musik. Wie geht alles auf